Weiberleut, die Eiszeit steht immer vier, muss für die Erde so gewesen sein, wie die kalten Hände und Füße in meiner Jugendzeit. Und jetzt, ein bisschen später, die Klimaerwärmung, das Wetter ist wie das Lachen und Rähren in einem Sack, der Boden auszudrückenet. Es kommt mir gerade so vier, die Erde wird doch jetzt gleich mit mir in Wechsel sein.